So, hi! Heute gibt es eine zweite Coinscale-Folge. Zeit wird es mal wieder? Ich wurde mal wieder gefragt, ja, hey, Replex, wann wird es mal wieder Zeit, dass du mal wieder eine Folge rausbringst? Und, ja, es ist soweit. Checkt ab. Also, die Leute fragen mich halt einfach, ja, ich habe jetzt 50.000 bis 100.000 K, in was soll ich investieren? Was soll ich mir kaufen? Und die Transferliste ist meistens leer oder es sind meistens plus 30, 40 Objekte drauf. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz einfach eure Transferliste voll macht und wo ihr einfach immer Coins macht. Macht es nach, ihr werdet es merken, das funktioniert sehr gut. Ich trade sehr, sehr viel mit Verbrauchsgegenständen, mit Managern, mit Positionsmodifikator und Chemistry-Styles. Heute möchte ich euch Chemistry-Styles und Positionsmodifikator zeigen. Es gehen hier zwei sehr gut. Es ist halt so, Shadow und Hunter, die sind ein bisschen zu teuer. Man könnte dadurch auch Coins machen, aber es lohnt sich fast nicht, meiner Meinung nach. Deshalb, beliebte und gute Chemistry-Styles sind Anja und Hawk. Ich gehe jetzt mal auf Hawk, weil die sind ein wenig günstiger. Dann schauen wir einfach mal, was kosten die. Was ist der Mindestpreis? In dem Fall, ich glaube so 900 um den Dreh. Also 1000 ist der Mindestpreis. Gut, dann nehme ich jetzt einfach mal für den Mindestpreis 10 Stück mit. Da kaufen wir 10 Stück. Ich habe jetzt 5 Stück mitgenommen, weil meine Transferliste schon fast voll ist. Und diese bietet ihr dann für 1000 bis 2000 Coins teurer an und die werden echt gut weggehen. Ich habe jetzt echt gute Erfolge mit denen gemacht. Ihr könnt es ja auch so ab 1,9 bis 2,9 könnt ihr den Blocker anbieten. Ich habe den auch schon für über 3000 verkauft. Maximal 10 Stück würde ich euch empfehlen vom Hawk. So, ich biete jetzt mal nur einen an. Die anderen packe ich mal in den Verein, weil ich die dann später noch verkaufen werde. Dasselbe Spiel mit Anja. Da würde ich euch auch empfehlen 10 Stück zu nehmen. Da kostet der günstigste 2000. Ich schaue mal, ob ich den für 2000 bekomme. Der ist wahrscheinlich direkt gleich weg. Schon der Sniperpreis. So, mal gucken. 2,1. 2,1 sollte man die schon bekommen. So, der nehme ich jetzt gleich mal welche mit. Da würde ich euch auch empfehlen 10 Stück mitzunehmen. Dasselbe Spiel bietet es hier auch für 1000 bis 2000 Coins teurer an. Und wichtig ist bei der Methode immer unterschiedliche Preise herzunehmen. Ich biete jetzt zum Beispiel einen für 3,3 Startpreis und 3,4 Sofortkaufpreis. Den nächsten biete ich dann so an. Den nächsten biete ich dann so an. Den ganz anderen vielleicht mal so. immer unterschiedliche Preise hernehmen. Dass ihr einfach eine Flexibilität auf der Transferliste habt. So, den biete ich jetzt für 3200 an. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon 20 Objekte auf eurer Transferliste. Weiter geht's. Dann gehen wir rüber zu dem Positionsmodifikator. Hier gibt es MSZOM, die auch sehr gängig sind. Die sind aktuell wieder glaube ich ein wenig gesunken. Die waren teilweise bei über 4000. Hier habe ich jetzt einen bekommen für 2,8. Wenn sie die dann verkauft, also ich biete den auch oft über 4000 Coins an. Und er geht oft auch weg. Und die werden sicherlich wieder steigen, wenn eine SBC dann wieder kommt um 19 Uhr. Und man braucht halt mehr ZOM Spieler. Oder man kauft sich auf das kommen neue Spieler. Und man möchte sie umformen auf ZOM. Dann braucht man diese Karten. Und die werden wieder safe steigen. Kauft es da. Nimmt es da auch wieder 10 Stück mit. Und setzt die einfach auf die Transferliste. Aktualisiert es jede Stunde. Jetzt habe ich darauf geboten. Das wollte ich nicht. Dann kaufe ich jetzt mir auch noch mal ein paar. Solange die jetzt so günstig sind. Ich gehe dir gleich nochmal einen an. Dass ihr so ein paar Beispiele seht. Welche Preise ich dir anbiete. So den packe ich in den Verein. MSZOM funktioniert sehr gut. Was auch gut funktioniert ist ZOM ZM glaube ich war es. Oder umgekehrt. Muss man auch mal wieder schauen. Genau. ZOM ZM. Die kosten auch ein bisschen mehr. Kosten aktuell so 1900. Ja. Ich kaufe mal wieder ein paar Stück. 4900. Ich nehme jetzt mal wieder für mich 5 Stück mit. So. 5 Stück wieder mitgenommen. Und hier dasselbe Spiel. Also die Trading Methode ist der leichter. Es ist halt überteuertes Verkaufen. Aber die verkaufen sich ganz gut. Wie gesagt wichtig ist halt. So oft wie möglich zu aktualisieren. Wenn es hier die Web App nur nicht auf dem Handy habt. Installiert sie. Die heißt Companion App. Und bietet es das so oft wie möglich am Tag an. Wenn es da irgendwie nicht dran denkt oder so. Dann stellt sich auf dem Handy einen Wecker oder so. Einen Timer. Dass ihr auch dran denkt. Einfach die Transferliste zu aktualisieren. Ja. Auf jeden Fall. Das wirkt. Das zieht. Wenn es hier diese Methoden gemacht hat. Habt ihr schon mal safe. 40 Objekte auf eurer Transferliste. Und dann abfahrt. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Wird mich riesig freuen. Ihr könnt es auch gerne noch kommentieren. Wie gut die Karten bei euch weggehen. Also ich kann euch garantieren. Es werden einige weggehen. Ihr werdet es damit schöne gute Coins machen. Und in dem Sinne bin ich raus. Und wir hören uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.